Hallo meine Lieben, da ist euch eine Unterhaltung des Rauchens, des Hassens. Das wird ein Hassvideo. Ja, wann wird das ein Hassvideo? Ganz einfach. Ich schaue so hin und wieder mal so meine Videos an. Und, beziehungsweise, darum runter, darum hoch, da gibt es ja so einige Leute, die wahrscheinlich mich hassen. Ihr hasst mich! So, jetzt gebe ich euch die Möglichkeit, die Option. Warum hasst ihr mich? Warum habt ihr ein Problem mit meinen Aussagen, mit meinen, äh, ja, Verhalten, etc, etc, etc. Ich würde hier, äh... Na, Quatsch, hoch und halte die Scheiß drauf, so schön. Ah, halbe Schneider. Jo. Äh, treppe schon wieder meine Füßen rum. Kannst du mal runter, ich muss weiterlaufen. Ähm, da, hopp, ja, dankeschön. So, was ist euer verficktes Drecksproblem? Jetzt habt ihr, Hasser, die Möglichkeit, hier unten in den Kommentaren, so mir richtig eins auszuwischen. Und zwar euren Scheiß rauszukotzen, warum ihr ein Problem mit mir habt. Oder mit meiner Aussage, mit meinem, mit meinem Dasein, mit, mit meinem Ganzen hier. Oder warum ihr mich wahrscheinlich sogar töten wollt, wenn sie zu ihr herkommt und killt mich. Oh, das wird ziemlich, äh, problematisch, wenn ich weiß auch mich zu wehren. Gut, das ist jetzt ziemlich übertrieben, überzeichnet dargestellt. Aber, Fakt ist, ich würde ganz gerne euch, Hasser, ich würde ganz gerne euch, Hasser mal euren Kommentaren, eure Herzenslust, eure Herzensbrünstigkeit, würde ich ganz gerne mal lesen. Ähm, ich möchte dazu sagen, ich werde in den Kommentaren dazu nichts schreiben. Ich werde mich dazu nicht äußern, ich werde dazu GAR nichts sagen. Das ist, äh, ja, was ist das Ehrenwort? Fakt für ein Ehrenwort, scheißegal. Nein, äh, ich werde mich zurückhalten und dazu nichts sagen. Ihr habt die Möglichkeit, euch, mich so richtig anzupissen, mich richtig abzuficken, so richtig mir eins reinzuwichsen. Seht zu, macht das Beste draus. Ich will einen kleinen Krieg sehen. Bis denn dann, ihr Hasser.